Hey Leute, Waski da. Wir checken heute wieder Skateparks ab. Wir sind heute in Weiden in der Oberpfalz. So, prüfen wir jetzt erstmal was zur Location, zur Lage von dem Skatepark. Der Skatepark befindet sich hier in Weiden. Mit dem Auto gut erreichbar. Direkt nebenan ist ein Parkplatz, wo man kostenlos parken kann und es ist auch ein Jugendzentrum hier. Ich habe mir sagen lassen, wenn das Jugendzentrum offen ist, kann man auch die Toiletten im Jugendzentrum benutzen und der Skatepark ist auch beleuchtet. Neben dem Skatepark befinden sich auch Basketballplatz, Fußballplatz, Tischtennisplatte, Kletterwand, alles mögliche geboten. Und was natürlich auch immer schön ist, um den Skatepark herum gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. Also ich sitze jetzt hier und der Skatepark ist gleich hier. Ist schön, ist cool gemacht. Ja, jetzt gehen wir mal direkt auf den Skatepark ein und als allererstes, was mir sofort auch dem Mikos aufgefallen ist, die Verarbeitung vom Boden ist echt komisch. Also der Boden an sich ist echt super vom Belag, also nicht so rutschig, aber warum auch immer, ist er stellenweise so uneben. So was habe ich noch nie erlebt. Wenn ich es jetzt besser wissen würde, würde ich meinen, die Leute, die den Boden gezogen haben, waren absolut hake-dicht betrunken, denn es gibt hier keine gerade Ebene, keine gerade Fläche. Selbst die Ledges obendrauf, die Kanten sind teilweise uneben und man sieht auch an den Wobbles, an den verschiedenen Wölbungen, dass alles irgendwie ein bisschen Schaps ist. Kann auch gut sein, dass ein Skatepark Skateboarder geplant haben, aber am Ende irgendeine andere Firma, die es umgesetzt hat, die vom Parkbauern keine Ahnung haben. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr meckern, denn ich selber habe keine Ahnung, wie man Skateparks baut. Ich habe das selber noch nie gemacht, aber ich vergleiche es ja nur mit dem, was ich, was der Standard ist, was ich so gewohnt bin. Und teilweise ist es echt schrecklich. Vor der Big Section von dem Double Set, das ist so verrückt. Der Mikro hat versucht, das Teil zu fahren und du hast so Probleme, da überhaupt einen Pop zu finden, weil der Boden da so uneben wellig ist. Aber genug gemeckert, zu viel zur Verarbeitung und die negativen Sachen. Alles andere an dem Skatepark ist echt genial, geil. Man hat eine richtig schöne große Bowl, die auch gut fahrbar ist, viele Corners drin. Die niedrigste Stelle an dem Bowl ist ungefähr 1,50 würde ich tippen und die höchste Stelle irgendwo zwischen 1,80 und 1,90. Wir haben auf einer Seite eine richtig geile Street Plaza Section, wo wir zwei Dreier Stairsets haben, mit Handrail runter, eine richtig dicke, fette Rail, die auch ein bisschen erinnert an Third and Army in San Francisco. Diese dicken Weizenrails, falls ihr es kennt. Und finde ich eigentlich sehr witzig, interessant, weil sowas eigentlich nur nie irgendwo ich gesehen habe. Aber wenn man ehrlich ist, man kann ja nur Board Slides und Lip Slides runter machen. Alles andere ist irgendwie verrückt. Auch die Hubberledges, Outledges, alles da, passbundenhöhen ist echt gut, die kleine Section. Die Pyramiden hingegen an dem Skatepark sind eigentlich ein bisschen zu kurz. Auch das Manipad ist eigentlich schön, aber auch irgendwie nicht schön, weil der Belag um drauf, wie schon gesagt, sehr wobbly ist und gerade für Manipads ist es echt schwierig. Einfach den Boden crashen, einfach den Boden crashen. Hat er erwähnt, dass der Boden hier sehr scheiße ist? Das war das Erste, was ich hier moniert habe. Ansonsten sage ich, der Park ist echt geil eigentlich. Eigentlich ist es ganz lustig und man hat ganz viele tolle Sachen, aber der Boden ist echt scheiße. Der Boden, man, echt der Boden. Und eine Sache, wo ich auch noch kritisieren muss, zu guter Letzt, und zwar der Park ist voll mit Kreuzverkehr, mit auch Tretrollern, Tretfahrrädern, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Teilweise echt ein bisschen sketchy, weil hier von der Anordnung. Man muss sagen, da jetzt nicht kreisrund ist und auch unterbrochen wird durch diese dritte Line, die an dem Skatepark ist, verteilt sich für mein Gefühl, ein bisschen besser als ein Skatepark, der einfach nur rund ist. Aber trotzdem, ich denke mal, für Scooterfahrer ist das Skatepark hier ein Paradies, weil man hier so viele interessante Transitions hat. Nichtsdestotrotz, auch für Skateboarder richtig geil, vor allem für mich diese 3er-3er-Kombi hier mit Ledges, Rails. Es ist auch eine perfekte Flat Rail da, also gerade die eine Seite ist für Sü-Plazaskater. Perfekt! Maxim hat mich auf Hohe, hau, hau! Um sieben Flamme zu machen auch ein booth, nehm mich! Außerdem küllere ich hinüber mit Weserre Park da das Jay-Chunk πολ? Der Loco hier wollte auch noch mit ins Video und wollte seine Meinung über den Skatepark loswerden. Ich habe vorhin schon gemeint, für Scooterfahrer ist der Skatepark sehr geil. Was meinst du? Ja, sehe ich genauso, man kann hier gute Tricks machen, die Rampen sind eigentlich ganz geil und ich bin hier auch schon seit 4 Jahren. Alter krass. Also Loco weiß Bescheid, wenn die Scooter Leute hier zuschauen auf meinem Kanal, ich weiß es gibt ein paar, dann check den Skatepark aus, auch für Scooter geil. Yo dudes, so viel zu dem Skatepark in Weiden in der Oberpfalz, wenn ihr da seid, nehmt viel Zeit mit, cooler Skatepark, hier schön im grünen Parkplatz nebendran, also richtig zu empfehlen und wie gesagt, Licht nachts skaten, echt cooles Teil. Leute, danke fürs reinschauen, wir sehen uns das nächste Mal, bis dahin, peace out, bye. Bis zum nächsten Mal.